Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von GANET TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist natürlich Lukas Müller und heute möchten wir uns natürlich wieder eure Aquarien anschauen. Und da haben wir eine von Mika Schleyer. Es ist ein 60 Liter Aquarium, läuft seit 1,5 Jahren und hat zwei Honig-Kuramis, vier Pracht-Algenfresser und fünf Neokaridiner Red. Wahrscheinlich Red Fire. Schauen wir uns das Ganze mal an. Gesamteindruck erst mal vom Anfang an. Cool. Echt cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt ein sehr grünes Aquarium erwartet mit dunklem Bodengrund. Aber hier haben wir einen hellen Bodengrund. Auch nicht so einen weißen Bodengrund, sondern eher so in Richtung gelb mit coolen Steinen. Coolen Aufbau. Gefällt mir erst mal richtig, richtig gut, muss ich sagen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht auch gar nicht aus wie so ein 60 Liter Aquarium. Sieht wesentlich größer aus. Natürlich, wenn die Fische groß werden, müssen sie natürlich auch immer umziehen. Das muss man aber bedenken. 60 Liter gibt es viele, die ein 60 Liter Aquarium haben. Auch Anfang damit habe ich auch gemacht. Hatte ich auch Neons und so weiter drin. Aber wenn die Tiere einfach größer werden, müssen die ein größeres Aquarium, solange es Jungtiere sind oder im jugendlichen Alter, ist das immer überhaupt gar kein Problem. Falls mal jemand hier kleine Zwergfadenfische oder so pflegt, kann man darauf achten. Ja, geht erst mal am Anfang. Aber die werden natürlich etwas größer und dementsprechend müssen auch diese umziehen. Das muss man halt einfach mal vorweg immer wissen. Wenn man sagt, nein, ich behalte meinen 60 Liter Aquarium, dann sollte man von vorne rein auf einen Besatz achten, der halt dementsprechend auch dafür geeignet ist und wo die Fische auch lange drin leben können. Ich finde das Aquarium richtig, richtig schön, muss ich euch sagen. Ist ein bisschen trübe noch. Wahrscheinlich sieht es auch relativ umgestaltet oder so aus. Ah, Schärfe! Das war mal Schärfe. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Gefällt mir richtig, richtig gut. Daumen nach oben. Was sagt ihr dazu? Jetzt haben wir hier ein 30-Liter-Aquarium von der Lucy und sie würde sich freuen, wenn sie mal rankommt. Besatzen fünf Glühlichter, leider nur noch einen Kupfer und anfangs vier Red Firegarden und durch Nachwuchs mittelweise 12 bis 15. Sehr schön. Das schauen wir uns natürlich auch an. Ja, vorweg, die Fische müssen da raus. Das ist nicht mehr artgerecht, diese Fische. Die kann man so ab 60, 80 Liter halten. Die mögen das gar nicht, wenn man in so einem kleinen 30 Liter Aquarium lebt. Da würde ich dir ganz empfehlen, Lucy, nimm diese schönen Fische raus, packst dir ein größeres Aquarium, gib die ab. Aber die gehören da wirklich nicht rein. Ansonsten finde ich dein Aquarium, dein 30 Liter Tetra Aqua Art Aquarium, sehr schön. Den Filter, den kann ich nicht so empfehlen. Da würde ich den ersetzen zu einem Bob-Schwamm-Filter. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Der hat den Nachteil, dass deine Mini-Garnelchen natürlich hier unten eingesorgt werden. Ebenso können die Garnelchen oben reinkrappen und verhänden dort drin. Ist nicht so empfehlenswert. Hat auch nicht so eine coole Leistung, weil er einfach überhaupt nichts eigentlich wirklich macht. Kann ich aber nicht empfehlen. Wird trotzdem immer noch von Tetra tatsächlich verkauft in diesen Aquarien. Schön große Mooskugel, aber ein schön Echolaris. Also schön gestaltet auf jeden Fall. Die Fische sehen auch ein bisschen unterernährt aus, sind auch noch relativ jung. Trotzdem würde ich dir empfehlen, diese ab 60 Liter tatsächlich zu halten, wenn nicht sogar größer. Schönere Feiergarnelen, die sich ja auch prächtig vermehren. Das funktioniert, weil wir hier eine sehr dicht bepflanzte Bepflanzung haben. Hier können sich die kleinen Tierchen gut verstecken im Moos, dass die auf jeden Fall nicht von den Fischen aufgefressen werden. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps geben. Und hoffe, dass du vielleicht das auch umsetzt, dass dort 30 Liter wirklich zu wenig ist. Es gibt immer wieder Aquarien, wo wir das sehen. Ich will immer gar nicht so oft dazu was sagen. Es gibt auch eine Empfehlung, dass man Fische erst ab 60 Zentimeter Kantenlänge in Deutschland hält. Eine gesetzliche Empfehlung. Und ich finde, wir sollten uns schon daran halten, das wirklich in irgendeiner Art auch so zu tun. So, dann haben wir ein 45 Liter Aquascape Aquarium. Hallo Lukas, ich bin ein riesen Fan. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht es wunder gut. Ich habe die weiße Zähne gezogen bekommen und fühle mich Gott sei Dank halbwegs fit. Oh, das tut mir leid. Das tut bestimmt mega, mega weh. Ich habe Glück gehabt. Ich habe gar keine weiße Zähne, deswegen muss ich da gar nicht erst richtig durch. So, schauen wir uns dein Aquarium oder dein Aquascape auch mal an. Und da haben wir ja eine richtige Wiese, sage ich mal so. Ein lustiger Aufbau, finde ich theoretisch. Ach, das ist frisch nach dem Rückschnitt. Das heißt, es wäre wahrscheinlich noch wesentlich höher. Ist natürlich auch eins ein schlichtes, aber auch schickes Aquarium, wie ich finde, was man sehr, sehr gut machen kann. Wir haben natürlich Goopies da drin, die sich natürlich arg vermehren. Auch hier nochmal der Hinweis, auch diese Fische benötigen irgendwann wesentlich mehr Platz, vor allem weil sie ja immer, immer mehr werden. War ein relativ kurzes Video, aber ich fand das Aquarium trotzdem schick. Man hätte vielleicht noch einen Tag warten können, bis das so ein bisschen klarer geworden wäre, was den Rückschnitt angeht. Jetzt war das gerade so direkt nach dem Rückschnitt. Aber auch solche Aquarien wollen wir natürlich sehen. Jetzt haben wir hier ein 60p Aquarium. Da, das ist der André mit dem 300 Liter Raumteilerscape. Und jetzt hat er hier noch einen 60 Liter Scape. Und ich soll das bis Minute 1,33 vorspulen. Aber das hat er schon gemacht. Sieben Monate alt. Okay, das sieht da schon mal hammermäßig aus. Ich gucke mal, ob wir was an der Qualität noch ändern können. Yes. Cool. Alter. Cooler Rahmen. Gibt es das inzwischen auch schon so, oder ist das selbst gebaut? Bestimmt selbst angefertigen lassen. Hammer. Alter. Der hat es drauf, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, schweigen und genießen, oder? Traumhaft. Einen schönen Garnelenmix hat man da. Neocaridiner-Arten. Man sieht, man hat da schwarze drin, rote. Und dann hat man halt die typischen Neocaridiner. Neocaridiner. Das sind theoretisch die Algen-Garnelen, die so verkauft werden. Ähm. Das sind halt die Kreuzungen, die am Ende da rauskommen. Über mehrere Generationen halt farblose, braune, graue Tiere. Da kann man ein sehr gutes Beispiel sehen, wenn man Neocaridiner miteinander kreuzt. Kommt am Ende irgendwann sowas raus. Ähm. Finde ich aber auch manchmal überhaupt gar nicht so schlimm wie jetzt in dem Fall. Ach, hier. Hat man schöne, bunte Farben. Gelbe würde dazu noch. Richtig gut, glaube ich, auch noch dazu aussehen. Ähm. Ja. Hammer. André. Wirklich. Richtig, richtig schön. Und richtig gut gefilmt auch. Also schön entspannt. Schön ruhig. Und wir sehen das ganze Aquarium. Das kann man sich als Bild ausdrucken, oder? Das ist echt Hammer. Danke dafür. Ehrlich. Okay, vielen Dank dafür, André. Hammer. Schauen wir uns dann nochmal ein 54 Liter Aquarium an. Ähm. Der Thor, der ist 17 Jahre alt. Der heißt ja wirklich Thor? Ich stehe keinen anderen Namen. Ähm. Und er ist fast seit einem Jahr in diesem Hobby. Hat ein Aquarium mit 54 Liter. Und da haben wir eine Menge Tiere drin. Acht Erbsenkugelfisch. Okay. Drei mexikanische Zwergkrebse. Fünf Hummelfische. Vier blauäugige Regenbogenfische. Drei Feinpunktflossensauger. Neun Crystalrette Garnieren. Drei Mosaikbohrers. Vier Zwergbohrers. Vier edle Guppies. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das klingt nach ganz schön viel. Für 54 Liter. Schauen wir uns das ganze aber mal an. Und ja, sehr cooler Aufbau auf jeden Fall. Mit Wurzeln rausfragen, offenes Aquarium. Okay. Und auch sehr eine coole Einrichtung. Meine Empfehlung ist tatsächlich bei Erbsenkugelfischen drei Stück auf 54 Liter und nicht mehr. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Wieso, weshalb, warum, will ich gar nicht darauf eingehen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Daher finde ich Acht schon relativ viel. Oh ja, da hat er eine Abtrennung gemacht mit Schwimmpflanzen. Auch sehr schön. Ist so ein bisschen auch wieder natürlich gestaltet. Mit so ein bisschen Licht gar nicht so krass. Schauen wir uns mal die Erbsenkugelfische an. Ja, sehen relativ schlank aus. Würde ich mal behaupten, dass die nicht genug Futter bekommen. Aber das kann ich noch nicht ganz beurteilen. Sehen eh alle ziemlich schlank aus, die Fische. Ja, die Erbsenkugelfische, die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu essen. Schönen Camparellos pazcuarensis orange kann man super mit Fischen vergesellschaften. Wie ihr seht, die Tiere werden nicht größer. Das ist fast so groß wie eine Zwerge, äh, wie eine Kürste Wettgarnele. Ähm, Erbsenkugelfische und Garninen kann man auch sehr gut vergesellschaften. Das funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Die interessieren sich meistens gar nicht dafür, außerhalb für den Nachwuchs am Ende. Ich finde das Aquarium ein bisschen voll vom Besatz her. Bin ich ganz ehrlich, ich finde die 8 Erbsenkugelfische wirklich ein bisschen zu viel. Man sieht, die sind nicht gut ernährt so richtig. Ähm, die sind wesentlich dicker, wenn man die richtig füttert. Und, ähm, es wuselt ziemlich viel an Fisch herum. Ähm, bin ich nicht so der Fan von und für 54 Liter, sage ich immer so, ist ein bisschen zu krass. Das Aquarium finde ich richtig, richtig schön. Ähm, allerdings den Besatz, den solltest du nochmal überdenken und vielleicht vergrößern. Ein zweites Aquarium aufstellen, denn man findet ja immer einen Grund, ein weiteres Aquarium aufzustellen. Okay, schauen wir uns noch eins an. Hier haben wir noch einen 54. Heute haben wir richtig die 54 Liter Aquarien. Hallo, ich bin Simon, bin 11 Jahre alt und ich zeige dir mein erstes und mein zweites Aquarium. Das Aquarium läuft seit 1,5 Monaten. Den tue ich mit, äh, kann ich leider nicht erfassen oder erlesen, was das richtig sein soll. Besatz sind zwei Platis und etwa 30 Plati-Jungtiere. Okay, schauen wir mal. So, da haben wir das. Schade, das hat auch ganz angefangen. Ah, ist da ein ganzes Bild. Da haben wir auf jeden Fall ein Zucht-Aufzuchts-Netzbecken, wo die Jungtiere wahrscheinlich drin sind, haben wir die beiden Platis und das ist richtig schön zugewuchert. Hat trotzdem eine coole Gestaltung hier mit den Steinen drin, dort auch. Ähm, ja, schön. Und natürlich eine schöne Zucht an Plati-Jungtiere und das ist natürlich auch schön. Hier muss ich sagen, ist der Besatz überhaupt nicht drüber, sondern wir haben hier zwei Fische in 54 Liter drin, haben einen schönen kleinen Urwald, ähm, was ich immer relativ cool finde, weil es so ein bisschen natürlich ist. Die Fische schwimmen da so ein bisschen zwischen, auch wenn die behaupten, dass Jungtiere da durchkommen werden, äh, dass man die gar nicht speziell rausfangen soll, weil das wirklich schön zugewuchert ist. Eine Rückwandfolie hätte ich hinten noch dran gemacht, äh, an der Stelle. Und hier haben wir bestimmt auch ganz junge, ganz kleine Fischchen. Ist natürlich für das Alter von elf Jahren richtig aufregend, Nachwuchs zu haben, ähm, vor allem bei Lebendgebärnen, äh, macht das auch richtig, richtig Spaß, finde ich persönlich. Ja, ein bisschen wild gefilmt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht, ob er gerade irgendwas, eben was in meiner Hand gesehen. Okay, ich glaube, äh, das wird nicht besser. Vielen, vielen Dank, Simon, dafür und auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Platizucht. Ja, falls du dein Aquarium auch einsenden möchtest, dafür steht alles unten in der Videobeschreibung. Hast du vielleicht Tipps und Tricks, was ich vielleicht nicht gesehen habe, an andere Zuschauer, dann schreib's gerne mal in die Kommentare, ebenso, welches Aquarium dir am besten gefallen hat. Für mich war es auch definitiv das Aquarium von André mit dem Aquascape, absoluter Hammer, aber auch alle anderen Aquarien, die heute mit dabei waren, waren relativ schick oder beziehungsweise waren schick. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und wieder einschalten, wenn es heißt, schaust du gerne in TV, wirst auch du gerne in schlau. Mein Name ist Lukas Müller, ciao, bis zum nächsten Mal.